willkommen zu world of tanks mit reaper heute mit dabei wieder dark leviathan x und wir spielen heute wieder mal ein paar zug gefechte los geht's viel spaß beim zuschauen so dann fangen wir mal an hier ja ich will immer aus beim einloggen will ich immer den eu server 2 ja das muss ich mir auch mal wieder angewöhnen weil ich lasse ihn jedes mal automatisch das wahrscheinlich weil ich so viele gefechte ab bleibe ich an dauernd in 1 so sieht es aus da ist er ja so mal gucken da noch kurz meine booster rein und dann gleich los gehen macht has so ja ich dachte aussieht lasse wochenende frei Nee, ich muss arbeiten. Ah so, okay. Das ist das Schlimme daran. Ich muss da gleich wieder mal lochen. Ja. Tja, leider, leider. Von 22 Uhr bis 10 Uhr morgens. Hm. Dann kommt der nächste. Macht von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Ich mach dann wieder von 22 Uhr bis 10 Uhr. Und Montagabend hab ich frei. Ah so. Also werde ich Montag, wenn da die Wändchen noch läuft, nochmal richtig Kassala geben. Ja, das Event, so wie ich das gelesen hab, läuft bis zum 8. Also auch noch den Montag. Gut. Also bis Dienstagmorgen 7 Uhr. Mhm. Da hat kein mehr gelegen. Gut, bis dahin hab ich die Hellcat und den T67 schon mal fit. Also, äh, liebe Zuschauer, hab ich vergessen zu sagen. Ab heute gibt es Special. 19. Jubiläum von Wargaming. Dazu hab ich euch unten einen Link reingetan in meiner Beschreibung. Könnt ihr euch anschauen. Falls ihr das noch nicht kennt. Mhm. Und wir legen jetzt los. Okidok. Sechser, 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 Sechser. Na, wo bist du denn? Ach da. Ab geht's. Game on. Game on. Game on. Joa, fängt ja wieder toll an. Aber an die verkehrte Seite. Ja. Ja, da könnte man alles. Ich glaube, ich stimme nicht, dass irgendwo an der Besen schon was da kommt. Irgendwann eigentlich möchte ich ihn machen. Weil ich vor allem nicht wegfuhr. Wie viele Hip-Horns hat der Rudi eigentlich? 720. Da ist doch 150 mehr als ich. Okay. Das hat richtige Granatenversorg. Ust! Ust! Also hier war ich noch nie. Ich komme da nicht mal hoch. Okay. Egal. Ja, mir können nichts anderes sagen, was ich hier machen kann. Ja, ne, ist schon okay. Kein Ding. Ja, ich such mir schon mein Plätzchen. Ja, das war vorhin knallhart. Also 8-Seite Fechte und nur auf Türme gefallert mit 160 Fett. Nur Abfaller. Bing, bing, bing. Ey, boah. Dann machst du drei Kreuzzeichen mit denen dann vom Wechsel. Na ja. Komm, bleib stehen, Kollege. Ach, komm mal stehen mit deinem Panzer. Dann kann ich nur noch aufplastern. Ich bin bereit. Ja, komm mal stehen mit deinem Panzer. Dann kann ich nur noch aufplastern. Ich bin bereit. Das ist los. Ich bin schon wieder nichts dran. Ja. Ja. Kann man sich nicht da stehen bleiben hier oder was? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ganz schnell weg da, Abikums. Ganz schnell weg da. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Bei uns. Das still uns hier an den nächsten Schönechen. Das bringt nichts. Beginn an Rayx. Jetzt, Odomkowie. Jest, Odomkowie. Se Spileczko. Abfaller. Na ja, zehnmal nicht. Bin, wie nein? Du bist. Ja, das ist. Es ist nicht möglich. Du bist noch da? Ja. Du bist noch da? Ja, ja. Bin noch da. Bin noch da. Noch am Leben. Man merkt, dass ich den Vollausbau jetzt habe. Ohohoho. Wenn ich die noch getarnt kriege, dann ist das Ast rein. Ja. Oh, lass sie kommen. Lass sie einfach kommen. Das wird gut. Mist, ey. Komm, lade nach. Er ist weg. Er ist weg. Ach du Scheiße, ich hab mit AP geschossen. Hör doch nicht mal mit AP-CR. Ich hab mit AP geballert. Der hämmert da mit AP durch. Das ist weg. Ey, das ist wie eine Tiger-Kanone. Wie eine Tiger-1-Kanone ist das Ding. Ja. Nur mit einer sau heftigen Tarnung. Später. Also ich freu mich da schon riesig drauf, wenn ich den richtig fertig hab. Glaub ich dir. Weil das wird lustig. Ja, die wollen dich. Die wollen natürlich beweg's. Ich bin doch aber gar nicht so scharf. Ja. Wie sollen wir hier auf dem Sack hin? Kann man fast stehen. Wir haben uns aber so gewonnen. Ob du dich jetzt noch bewehst oder nicht. Dann kannst du mal versuchen, den EKV hier auszuholen. Ja. Kann man auch versuchen. Ja, ja, ja. Soll einfach die Schuze halten dahin. Hast du noch von den Pons? Mach mal vor. Ja, ich hab noch 670. Mach mal vor. Na, gucken gleich noch drei. Vielleicht kriegen wir von denen noch was raus. Die zeigen sich nicht. Warum zeichnet sich nicht? Die wissen, dass da ne Falle ist. Die wissen, dass da ne Falle ist. Hehehe. Aber ich kann mit der Hellcat nicht auf meinen alten Sprung. Da krieg ich auf der Presse. Ich krieg den Ponsen zu lassen. Leute, gebt mir jetzt hier noch was schrillern. Ach, da, 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 da. Ach, da, 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 da. Na, komm, Schatz. Oh. Ohoho. Entschuldigung, Norbert. Pfff. Wie geil ist das denn? Super sorry. Ich denke mal, das werden ein paar schöne Tage, wenn ich Hellcat mal wieder gehe. Ich denke mal, das werden einfach schöne Tage, wenn ich Hellcat mal wieder gehe. Ich bin am Anfang nicht schlecht. Schön. Ein Emblem gewonnen. Ja. Guck mal an, das läuft. Erfüllt. Supi. Das läuft. So, ich hab noch 44 Kisten Cola. Das sind alle weg. Kisten Cola? 44 Kisten Cola hab ich noch für die Hellcat. Aha. Und was willst du mit der Cola? Die gibt mir 10% auf die Besatzung. Ah so, okay. 10% auf die Besatzung. Es wird eine Kiste 20 Tonnen Kredits. Okay. Aber ich hab mir ja damals einen Rabatt hab ich mir nicht geholt. Für 10.000. Habe ich mir erst mal 100 Kisten reingeknallt. Eine Million. Hahaha. Ja nur, brauchst du. Wenn du ja richtig Gas gehen willst, dann brauchst du den Quatsch. Okay. Oh. Äh, was war da jetzt? Ach, das war jetzt der Rudi, ne? Ja. Äh, und hier machen wir mal. Ja, mit dem T-71, das gibt erstmal nix. An 7er Light. Das muss ich erstmal... Das war schönste Zeit. Hier bringen wir mal das neue Emblem an. Weil die Mannschaft ist einfach so schlecht mit dem 80% kriegt die nichts auf die Kette. Mhm. So. Schön schön. Das sieht doch gut aus. Brauchst du um? Äh, ich hab mir da auf den T-34-85M das neue Emblem angebracht. Ja, okay. Ich hab da jetzt gar nicht weiter drauf geachtet. Ich will hier erst mal nur ins Verrungen. Ja, ja, klar. Ich will die Q in dem Setting, also in den nächsten anderthalb Stunden noch auf 100% kriegen. Okay. Das ist mein Ziel. Ja. Alles andere... So, los geht's. Ah, schön. Noch dazu... Eine Stunde... 100% Erfahrung drauf. Eine Frage an unsere Zuschauer. Was ist für eine Hellcat wichtiger? Tarnung oder Waffenbrüder? Tja, werden wir mal schauen, ob die Zuschauer das beantworten. Beantworten. Mhm. Wäre mal interessant. Sooo... Warte mal, wir haben das. Tete... 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 Ich brauche noch 40 Pen. Ich bekneite einen Löwe mit durch den Tower. Ich habe keine Lampe, keine Tarnung. Ich habe nichts auf dem Panzer. Das ist das Problem, außer ein dicker Knarre. Mit ordentlichen Booms. Das heißt, ich lasse die anderen spotten. Auf denen habe ich auch keine Lampe noch. Muss ich noch warten. Alle hinter dem Felsen. Schau mich nicht, weil da hinten stehen TDs. Ja. Und die verstecken sich hier, alle hinter dem Felsen. Ganz zu scheiße nochmal, wieso hält der das aus? Weißt du das mal nicht, wir brauchen da jemanden, der schützt. Wenn wir das nicht haben gehen, meine Ex. Ja. Meine Fresse, woher kommen die denn? Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll jetzt auf dem kleinen 6er losgehen. Ja, das ist... Das war eine Lafette. Ja, ich weiß. Ja, da stell ich mich auch nicht mehr hin. Dreckiger. Ich weiß auch wohin. Ja, genau dahin, wo du jetzt auch hinfährst. Weil sonst gehe ich damit die Ex. Weg da. Ganz schnell weg. Wir fahren da oben hin, wo der Löwe ist und sowas. Unterstück... Boah, was ist das denn? Dann Canyon oder was? Ich hab fast noch runtergenagelt. Pass auf. Muss ich mal runterrutschen, nicht volle Power runterfahren, sondern runterrutschen. Ja, schon so. Mal gucken, ob ich dem IS-3 eventuell was einschenken kann. Weiß ja, der kommt ja nicht mal raus. Hmm... IS-3, guck mal, bin ich dein Arsch. Wir fahren reinhauen. Okay, der kommt ja nicht raus. Hmm... Kinder, Quatsch mit Suppe. Kinder, Quatsch mit Suppe. Den lieb ich schon. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hmm... Jetzt verstehe ich. Warum komm ich, ey? IS-3. Na komm, lass dich blicken, ey. Boah, Alter, der zeichnet mir nur seinen Helm. Und da hämmer ich auch nicht. Tschüss. Mäh, komm. Oh, no, 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 no. Ma'n fack, ey. Mann fackiii! Zobrück tego, co się nie ruszy, jest jeszcze 6. Legault. Legault. Jezu, bramkowy. Legault. Mist. jetzt haben wir machen drei gegen 13 war der warte jetzt habe ich auf die scheiß cornwall nicht geachtet naja kann ich auch nicht mehr viel machen kann ich mit dem panzer ich kann mich mit dem panzer noch nicht offen irgendwo hinstellen da taugt nicht hin weil er ganz einfach die tarnung fehlt ja toll 200 exe so bin ich auch schon nicht durch yo senior 999 wissen wir da ist ein panzer ja ja und noch mal eure meinung dazu erst bei der herrkett die tarnung oder erst die waffen bruder was ist da wichtiger das war eine frage an euch zu schauern immer noch keine antwort dann warten wir auch eine antwort beziehungsweise jetzt haben wir natürlich weiter ja ja klar aber die kiste kohle hätte ich mir gerade schenken können und am t 28 port bin ich abgeprallt mit einer halbkerne kann auch was ja gut auch 500 meter können schon mal passieren ja 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 so ich will dich nicht loswerden aber du fällst am besten dann Nein? Und ich steh mich dein. Und wir sind wieder am Mekkon. Na godzinę przed Schrodem Skońca nie będziemy na miejscu. Wszystko przepadne. Podlamkowy. Weil da oben ist die Medium hier und hier unten ist D angesagt. Fahne ich in die Greken, Junge. Verrückter Mongo. Schiebt mich dein Panzer dahinter? Schiebt mich hin. Ich weiß nicht wie ein Panzer sind. Da taucht mich hin, äh Scheiße. Alter, verpiss dich, du brauchst mich nicht anzuschieben, ey. Ich wollte gerade sagen, du bist eigentlich schnell genug mit dem Panzer. Ja, und D34-85M von hinten schiebt mich noch an, ey. Ich finde Pansen, ey. Schau mal angeschröd aus. Ja, man merkt einen Unterschied. Man merkt einen Unterschied mit dem Panzer. Mit der Knarre geht richtig gerade ab. Yes, Troy. Yes. Yes, Adam Kowe. Au, 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 au. Irgendwie ist unsere Heavy-Bien hier komplett leer. Das heißt, ich kriege da unten gleich richtig was zu tun. Schön. Obwohl, so viel haben die auch nicht. So viel Heavy-Summi gar nicht. Mit 450 dürfte da normalerweise gleich ruhig rum. Das Ding ist so Hammer, ey. Also auch wenn sie nicht zum Fight gegen Mediums mehr geeignet ist. Von der Kanone her ist das Ding Astraline. Okay. Okay. Ich kann dir wirklich nur raten, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, mach dir das Ding klar. Ja. Komm, ladenach, ladenach, komm, komm, komm. Scheiße, verschwunden, ey. Ah. Da war doch gerade die... Der Turm. Warum kriege ich jetzt mit rein? Shit. Ich war Tobi. Ah ja. Okay, dann nehmen wir halt die brutale Munition. Nehmen wir auch die Hartkern. Böser, böser Junge. Tobi, ich kann die Jungs eigentlich nicht rankommen. Von hier aus. Sonst würde ich auch noch drauf ballern. Mhm. Böser, böser Junge. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Aber was macht denn der KV 85 da? Soll ich kommen lassen, die Idioten? Au, au, au. Au, 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 au. Au, au, au. Binge. Ginge 1, 2, 1, ja gut. Sie sind schade sicher. Ja. Wenn der T-150 ist ein KV-1 bewegt, dann müssen wir hier gleich auch zusammenbrechen von den Jungs. Mhm. Er traut sich nicht, er traut sich nicht, lalilala. Höh, höh, er will nicht. Na, zeigt euch doch mal. Ich bin noch ganz lieb, komm raus. Wie ist solche Sachen? Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist. Oh Gott, da komm ich ja nie hoch. Shit ey. Ist man da? Ja, ja. Ja, setzt mich am Arsch. Noch, noch. Mit 80. Die ganze Scheiße, wie soll ich denn da ankommen? Flieg, flieg. Du Scheiße ey. Ey, lass mich doch hoch. Fuck you. Ah, gerade wo ich schießen wollte, der Wichs. Ich tutsche du gar nicht. Ah. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo bist du raus? Ja. Dann ist aber guck wie hoch wird's. Ja, guck mal, jetzt läuft's. Noch keine Antwort auf deine Frage. Ja, okay, gut, dann muss ich mal einfallen lassen, ne? Was ich als erstes mache. Tja, ja. Halli, Halli, Katti. Hello Kitty. Genau, Hello Kitty. So, ähm. Ja. Mal wechseln. Rudi, 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 Rudi. Äh, Nuller Linie. Nuller, Neuner. Ja. Und die nächste hat eine Runde. Zumindest steh ich jetzt nicht mehr ganz wie so ein Depp ab. Tja, ja. Jetzt kann ich auch mal auf irgendwas schießen und ich geh noch mal durch. Hey. Hehehe. Da stehst du ja jetzt mal wie so ein Achter wie so ein Kaninchen von der Schlange, ey. Ja, ja, ja. Ja, fetter so ein O-Ho oder so ein O-Nie-Aufzug, ey, und walzt dich einfach platt. Du schießt, ping, 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 und er walzt dich einfach platt. Sag schon, warte, was ist das? Wollen wir mal zu schießen, aber holen wir einfach. Ich bin jetzt auf 2.40 Uhr, dann haben wir's wieder durch. Ja, 2.64 Uhr, da muss er aber ein bisschen Opensur erfahren, wenn das was werden soll. Seine Schrotterei. Wo steht der denn schon? Was macht der Geister, blöd? Anscheinend. Eieieieiei, da ist nicht gut. So traut's ihn nicht raus. Norbig. Wahrscheinlich wie Norbig. Ich geh mal so 300 Kilometer daneben. Ich muss auch nicht. Nicht weiter vorfahren. Nicht weiter vorfahren. Wir sind hier die Letzten. Der 13.57, der fliegt dich auseinander. Warum schreibst du Mittag eigentlich immer? Hä? Warum schreibst du Mittag eigentlich immer? Was denn? Ich schreib das nicht. Das ist wahrscheinlich durch den Mond. Boah, fuck ey, ich treffe nicht. Ah, da sind welche. Fuck ey. Boah, ich treffe hier nichts. Wo kann ich mich hinstellen? Da stelle ich mich garantiert nicht noch hin. Äh, das tue ich jetzt nicht. Das wäre ja unter meiner Würde. Komm Skoda, den Kopf raus. Ich würde sagen, wir sind tot, ne? Ja. Ja... Jaaaa... Ihr fixer! Mann! Schau da ab, bringt nichts. Das bringt ja nichts. Das bringt nur einen kaputten Panzer. Da ist der Hammer. Was er überhaupt noch einfach bringt. Das anhält ja ich da vorne Granate von mir aus, Norbert. Ist man da? Ja. Jetzt hält dich mal zu mir. Da hat er angetäuscht. Ah ja, ist gut, komm. Ja. Fahr ab da. Fahr auf der anderen Linie. Ja, natürlich. Ja. Ja. Wir haben zu wenig Blech auf der Seite. Und ich war mal wieder zu Blitzen treffen. Ja, ja. 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 Ja, ja. Gut, dann nehmen wir da andere Punkte. Ja. Das ist er. Also der hat jetzt schon eine minimalende Teilung von 20%. Wie hieß nochmal dieser AMX? AMX 13,57. Amx 13,57. Amx 13,57. Amx 13,57. Amx 13,57. Wolltest du nochmal sehen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Ich gönne es. Ich gönne es. Aber wie gesagt, ich will heute definitiv hier meine Mannschaften ausnehmen. Mhm. Ja. So, unser Teil ist definitiv 67. Ich helfe jetzt. Ja. So, fünfmal, 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 fünfmal. Ja, muss ich. Geht nicht anders. Können die Tage gerne wieder sieben, aber das... Nee, ist kein... Ist kein Ding. Ja, weil die drei Tage brauche ich zum Ausbilden. Ist wichtig. Ist kein Problem. Okay. Also, die EXP kriege ich nie wieder. Für die nächsten Wochen gibt es das nicht nochmal. Ja. Los geht's. Ja, mit dem, mit dem Nachrichten hier spoten und so Dings. Das kommt von, äh, von dem Mode. Ich muss mal das raus machen demnächst. Okay, äh, jetzt ist die Hellcat fertig. Oh, scheiße. Was ist fertig? Ja, gut. Gut, egal. Dann fahren wir jetzt eben einmal fünfmal und danach wieder Hellcat. Hm. Mhm. Okay. Ach, die... Mit der Hellcat hab ich gerade scheiße. Mit der Hellcat hab ich vorhin scheiße gebaut. Wieso, was denn? Ich hab überlegen, ob ich das mit dem auch noch mache. Aber weißt du, was ich mache? Einfach. Oh, ist mal scheiße. Oh, ist mal scheiße. Ja, mit der Hellcat hab ich gerade richtig auf die Presse gekriegt. Die Idee, die ich da hatte. Aber wohl, ich schätze mal, der MT-25 ist schneller als ich. Mhm. Weil ich will einmal kurz über den Bahndamm gucken. Ja. Weil er bringt nämlich ohne NDX. Such einer Kost! Der MT-25 ist nicht da, ich weiß gar nicht. Ach, da bloß nicht nach, was ich jetzt mache. Du bist sofort tot. Oh. Wow, was denn da oben? Ja, guck mir den Typ 4-6 an. Hahaha. Du scheiße. Ja, ist oder am Kommen? Ja, schau ich aber da ab. Ne, das Problem war, mich haben da zwei getroffen. Mhm. Ich glaube auch nur auf weg. Und auch nur rückwärts auch in die AT-Frisse. Okay. Boah, jetzt schließen die auch nicht. Uah, ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Warte mal, Kommen. Hey, eins weiß es ist, hat mein T-67 Scheiße auf Granaten reagiert. Der frisst nämlich höchstens zwei. Man wartet. Ich kann schon sehen, der Typ 64, da krieg ich schon wieder auf Fußball. Hehehe. Ja. Boah. Da wer denn echt mal Zeit Plunder. Also das Ding ist... Ja, super, super. Ja, super, super. Da ist ein Kinnig einer AT-Fan 30. Warum ist unser halbes Team schon wieder tot? Tja... Kann mir die Frage einer beantworten? Nee. Das kann ja keiner beantworten. Warum ist mein Team schon wieder tot? Tja, so ist das. Und alle am Schlafen hier. Ah, LV 39? Wo kommt der denn her? Vom Walde kommt er her. T64, scheiß der Paar und T64 laufen in der Mitte. Ne, 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 da, 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 da. Ne, seh nicht. Wir sind aber ganz schon mutig hier für ihr, Alter. Du haust da nicht mehr ab. Du haust da nicht mehr ab. Und tschüss. Schön gemacht. Ja. Da ist T64 da, den muss mal irgendeiner meine verplastern, der muss weg. Ah, da bin ich dran, aber der kommt nicht raus, ah. Mal leicht angekratzt. Die Seite denn geht drauf, ne? Oh, scheiße. Ich seh den Nashorn und ihr nicht. T64? T64? Hm hm hm. T64? Boah, ey. Keißdreck! Ich glaub, ich bin offen. Wo ist denn? Hier ist der dritte Passe. 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 Ich bin weg. Hier ist der dritte Passe. Ich hab' die Kette weggezogen. Nein. Boah, ich kann sie doch nicht alle töten. Schön. 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 Die hat hier ist der Wischbüdie tot. Da muss sie so zwischen Gebäude stellen. Ja, ich muss aufpassen, dass mich die Art hier nicht dick. Ich bin nachshorn raus. Wenn ich das nachshorn rauskrieg, das ist gut. Das ist diese zwischen Gebäude stellen. Da macht er zur Feder. Ist der doof? Ja, sehr. Boah, ey. Junge, du bist lebens. Du lässt den Nashorn in Ruhe, ey. Der wollte das. Ja, toll. Jetzt bist du alleine. Ja. Jetzt verstecken die sich die Säcke. Ja, ja. Was von ist dahinten? Dahinten ist meine Artie. Ja, die kann mich am Arsch lecken. Ich glaub da einfach stehen. Ja, ja. Ich glaub kaum das hier ist neun Minuten warten, dass die Zeit einfach tut. Ja. Tja, ja. Ja. Uuuuh. Geiser. Bääm. Fackartie. Das gibt's für meine Hose, junger. Ja. So, äh. Bleib lieber da. Nee, bleib ich garantiert nicht. Wo ist das Arschloch? Ja, das ist es ja. Hättest du ein bisschen warten sollen. Jetzt bist du auf der freien Fläche, jetzt kann er dich... Warte mal, das ist ein Bishop, ne? Bishop ist scheiße. Da ist irgendwo bestimmt an der Seite. Boah, fuck! Da, 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 da. Das ist zu nah. An der Brücke. Und noch voll, ja gut, du auch noch, aber... Ja, jetzt wäre ich in der Rolle. Jetzt kommt er von rechts. Da kann ich mal am Arsch lecken. Bloß weg von dem. Da, ja, gut, bitte wohl. Ja, ja, gut, bitte wohl. schön wunderbar ja aber trotzdem ich eigentlich schon eher ledigungen ja weil verpflastert mir alles fließt mein panzer nach einzelteile wenn er mich trifft oder einen kettentraffort einfach zu skieren aber egal gewonnen ist ja auch ja es hat meine besatzung 21 cent auf tarnung gekriegt das kann was die panzer haben eine tarnung von über 900 der t67 und der herr kett ja das ist ganz ganz ist also wenn das wirklich ausgerüstet ist nach dem wochenende dann habe ich zwei geile panzer zum zocken mhm ja das ist... moment kann man... das hat bestimmt umgestellt auf HE deshalb hat er nicht mehr geballert was hat er nicht rechtzeitig geschafft was... 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 was hat er jetzt hier das Norton naja egal gut gut ab gehts nach der hellkett kommt übrigens noch ein guter td noch ein schneller der t25 2 da ist auch noch eine granate ok wir sind nur noch 8er kann das sein? ja 8er 8er 7er 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 6er 6er wir stellen uns hier hin das stellen wir uns nach hin auf der 2er ok schön defensiv vielleicht sind ein paar leute so doof und fangen daher na bestimmt Ja, was anderes hält mich ein. Keine Ahnung, bevor ich mich da hinsetzen soll. Auf dem Berg kann ich definitiv nicht. Dann fahre ich da rum. Kutter hat halt selber im Sinn. Ich muss jetzt mit der Rackert aufpassen, ich habe noch keine Tarnung. Die Wende Kassinen ins Schiff. U64, bitte strotze. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Weil keiner gespottet hat. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Ja, Jagdjäger. Sehr schön Jagdjäger, hast du gut gemacht, lass mich erwischt. Ja. Ich bin tot. 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 Sie ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, weil die vorgefahren sind. Haben mich gespottet, geh mal durch. Ach Mist, ey. Ja, das ist halt eine Aggressivment-Combolette gegen Ayers. Komm schon. Nee, 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 das war wieder mal so ein Lehrvideo für die Connor. Ja, weiß ich nicht. Ja, der 564 war nicht aggressiv genug, der Conwell ist vorgefahren, hat mich auch gemacht, sehen wir durch. Mhm. Ach, hier muss doch noch einer da sein, ey. So, wollen wir doch mal gucken. Jetzt kommt ihr alle raus, ihr Säcke, ne? Ja, der ist voll. Ja, toll. Ja, das ist eine Spitze. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. du bist weg? ja gerade wo ich rausgekommen bin da kommen die ganzen Säcke auch raus dann ist er da doch na gut Reket läuft nicht also T67 T64 T67 das ist jetzt schon eine ordentliche Tarnung also durch den Sieg den ich da gerade weggerissen habe ist das schon eine Tarnung von 762 Moment Moment ich bereit nicht bereit scheiße mach einfach mach ja er hat die Kiste Cola nicht angenommen die hat er nicht angenommen warum hat er das nicht getan wer will denn Cola trinken ohne Cola geht hier nichts ach da will doch keiner sauf wenn die alle getarnt sind dann kannst du die Funktion zocken da ist richtig Spaß mit den Kisten ach gut Hellcats verloren ja gut das war ja klar so toll wie ich ja gerade gespielt habe ah Hellcat Hellcat halt nötiger ach lügt doch nicht gestern habe ich noch eine Runde gezockt wegen den EPs was hast du gezockt? habe ich noch eine Runde nach wo du abgehauen bist ja ich war ja noch online ich musste noch hier ein zwei Sachen umstellen naja und was hast du gemacht da habe ich eine runde noch gezogen mit den schweden der schon auf ja vollständig war okay damit ich die eps bekomme noch habe ich das erledigt habe ich den verkauft und dann habe ich mir den a20 gekauft da könnte jetzt was gehen wir fahren auf den berg auf den berg das hasse ich jedes mal wenn ich von unten fahr da habe ich den berg nicht machen wir auch schon immer auch machen wir auch schon in den haus wenn das kopium geht keine 40 euro kosten würde ich mir schon nichts geholt ich habe mir schon zwei achter premium geholt habt ihr schon einiges gelassen am geld sagen wir mal so ich weiß nicht wie viel aber es mögen auch so zwei 300 euro sein ja genau er steckt dran was alter 2 3 du bist irre alter er war navy field war komplett da waren es nämlich 2000 ja aber das war ganz anders als das hier das war ein richtiges also boah da konnte ich zehn stunden vorsitzender war nicht mal ansatzweise müde flugzeugträger u-boote seine mickey mouse grafik aber alles dabei praktisch gesehen absolut erste sahne natürlich ja aber so viel kommt raus mit haben ist ja frau ich will ich echt vernaschen warum tut es das ja frage ich mich auch eh was zum kotzen das problem ist ja nicht einmal schließen muss ich sofort abhauen das gilt übrigens auch für dich ein schuss unter wichtigstex irgendwo anders hin weil du bist sofort offen ich sehe nur die roten punkte aber die kann ich nicht erfassen doch nur das haben jetzt keiner mitgekriegt da hinten ist ein panther war ein panther genau war einer warte los sippi willst du mitspielen wieder ja brauchst du nicht brauchst du nicht am ping hier lass mir die rot boah das gibt gleich ohne ende schlüsse wenn ich das habe komm mädchen hau ab ich muss hier die tastatur bedienen ich bin nicht möchte dann hat sie wieder mit ihr kuscheln ja 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 der ist ein wenig härter jetzt jetzt ich bin es ist von vorne achtung achtung aber du kitzel sind hinten so und so noch mal nach vorne ist weg 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 abhaun abhaun boah scheiße das hätte so schön werden können die runde jetzt aber nicht selber wieder mal verlieren ich überlege noch flüchte ach ich habe eine base und wir stellen sie eine base ja weg hier ab in der base fehlt deine möglichkeiten mehr scheiße ja toller wichs ja weiß ich ja wirklich keine möglichkeiten mehr ab ne base t26 g4 ach da hat mich platt gemacht ja mal guck an scheiß WZ wo ging mein schuss hin wo ging mein verfickter verkackt schuss hin ja Pavel ein bisschen besser als der Rudi wie ich noch einen raus mir gefiltert ha 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 dem US noch einen Zecauen ha 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 voll durch den Helm geballert ha 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 ja ich würde nicht sagen lappen ich würde sagen das ist ein überpowerter premium ja er ist definitiv überpowered weil wenn ich überlege die leute die sich eine Rudi gekauft haben da für 20 euro bezahlt haben äh ja es gab eine bessere Variante umsonst ja welche 434 macht sichern ja gut das ist der Haken an der Sache ach nö willst du mich verarschen jetzt was denn jetzt kann ich nicht jetzt kann ich keine Wartung machen weil ich zu wenig Kohle habe oder was ne ne ich habe nur 11.000 jetzt und 20 oh oh das ist nicht viel ja aber wieso kann ich keine Wartung machen hast du mit APCR geschossen mit Premium Munition ne ja doch doch ja die kostet ein bisschen was vielleicht kannst du die nicht nachfüllen also bei meiner Hellcat die ich jetzt aktuell habe ich sagte das gleich Moment ähm wo ist meine Wartung da ist meine Wartung da kostet eine Granate 4400 ja das das ist mir schon von anderen anderen hast du noch mehrere davon ja aber darin geht das nicht hier Ersatz Ersatz Dinger da diese ja sag mal schnell Hilfekasten und so'n Scheiß der ist Hilfekasten ja ach nö was habe ich denn jetzt gemacht verdammt noch mal was hast du gemacht ach zum Mäuse melken na gut ach nee ja den habe ich noch ok ja ist ok ja ja alles klar hat sich erleidigt so weiter geht's du sagst mal eine Runde ohne Hardcanspielen dann hast du ja wieder genug Cadets es ging ja es ging ja nicht um um die Geschosse es ging um um die Ersatzteile genau um die Ersatzteile ja ich brauche mal wieder ein Sieg ja toll kann ich nicht richtig ausnutzen weil ich die richtigen Füße nicht hab ja was machen wir da was machen wir da da spielen wir uns an den Füßen naja tun wir nicht nicht? schade da kannst du jetzt mal nach links gucken dann siehst du das neue Emblem an meiner an meinem Panzer das sieht ja Rattenscharf aus ja respekt respekt wer es selber mag so jetzt mal aufpassen da können wir auch gehen das Kirchdatz nicht das Kirchdatz also wenn ich jetzt 1 Sekunde zu öffnen die Das ist da, was ich dir gerade gesagt habe. Das ist riskant. Ey, was ist jetzt? Ja, weil du keine Tarnung hast. Du warst offen, dann ballern die auf dich. Alter, was ist los? Ja, was meinst du, warum ich sag? Anzahl sind... Aber ich hab die nicht mal gesehen. Ich weiß, weil die dich sehen. Die haben die Reichweite, die haben die Sichtreichweite und du bist sicher. Also ballern die auf dich. Was für Wichser. Ja, unser Problem an der Sache ist auch, du siehst die nicht, weil wir selber keinen Spotter haben. Ja, der AMX 12D steht da doof. Den fäng ich jetzt erst mal an. Kollege, ich möchte da Fotis. Aber ich seh da nichts. Ja. Aber der war heftig. Weil der 12D, der kann ja so und so nichts machen. Wir müssen die Stadt einnehmen. Die Action war heftig. Er fällte da voll ins Wasser rein. War geil, ne? Ja, da war der Bot wahrscheinlich besoffen. Ich will den auf den gerade schießen und da fällt der voll rein, ey. Überlegt, ob ich die Position ein wenig ändere. Mal ist das nicht. Ne, ich warte noch. Ich warte noch. Geile Action, Alter. Ich fährte da voll rein. Einfach mal blind rein. Kaffee, ich habe den getroffen. Ja, schön. Ich habe nochmal getroffen. Sippie, süppie. Ich mag die, Reket. Ich mag sie. Aber der auf 100% ist und dann erwarten Brüder und Zahnung. Nein? Puh, ho, ho. Das fährt geil. Das fährt geil. Da ist nicht getroffen. Und was ist da hinten los? Was ist in meiner Schuss? Den geh ich nicht rein. Scheiße. Irgendeiner muss mit den Amix-Send nochmal aufmachen. Hm. Da ist ein Rampican X1 und die Kulovas. Das ist nicht voll. Und das sollten so ein bisschen... Ja, du brauchst mich nicht anzupingen, Kollege, jetzt schaffst du alleine. Der Arm ist jetzt nicht hoch, aber das tat er nicht, ich hab's. Alter, was läuft denn jetzt hier ab? Ich hab den nur böse erwischt. Ich hab den nur böse erwischt. Ich hab den Drecks am X-Side noch nicht mal raus. Was? Was will es? Was will es? Was will es? Will man noch ein Sack hin? Ja. Ne, der fängt mich hier ganz der Dorn wie sonst, voll idiot. Ja, soll mich einfach meine Eier löschen? Ich hab da auch diese Scheiße, aber da ist schon kein Bock mehr drauf. Ja, hallo mein AMX. Will ich spielen? Willst du spielen? Wie willst du spielen? W-W-W-W-W-W-Wert haben die da zum Motten? Dann kannst du auch keine Tastatur benutzen, du. Oder willst du die Maus? Wie ist Scharf auf die Maus? diese blöden idioten schmeißt mir gleich alles runter ja guck mal bleibt mehr für die hzt ja vielleicht hätte mich ein bisschen mehr bewegen sollen aber ich verstehe nicht warum das die da hinten rausgepricht hat also das geht ehrlich gesagt geht es auch auf seine kappe was er gerade gespielt hat macht mich dafür verantwortlich werden nicht geholfen aber er zu doof ist ja echt respekt vor allem ja kommt vorne der nächste auch wegen nora liste er meinte gerade mich als stück scheiße bezeichnen zu müssen ja dem das sind die ganzen bett wie immer mein hat ich meine iphone für sie inhalt da ja sicher war ich halte auch nicht 500 tippons für die spaß die es hin naja ist klar ich kriege 1 3 von 5 weg bin offen sie tarnung irgendwo hinstellen ballern eventuell verlegen wenn man anliegt musste den schreiben spiel alleine junge ich schreibe den doch hier nicht auf englisch ich bin doch hier klein ab kann in hier sind die nach hier die leichte die 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 vier hier nicht hier Geht rein! Geht rein! Aber wenn wir mal langsam machen, dann schießt ihr den Arsch. Komm, putt putt putt! Jetzt müssen wir die Hände um. Jetzt müssen wir die Hände um. Ja, ich muss jetzt nicht rein. Wo ist der Arsch. Und poliski Stähler. Geht ihr die von da aus rein? Es ist gegenwärtslich. Wen, was? Boah, wen, was? Den Heiligen Geist. Geht ihr den Heiligen Geist von da aus rein? Ja. Ja, ich. So einigermaßen. So einigermaßen. Ja, weil ich hatte ja gar nicht rein gekriegt von der Seite aus. Hm. Was machst du da? Ich verspeck mich. Aber weißt du, warte, das ist ein guter Platz. Den nehm ich jetzt. Ich verspeck mich jetzt auf. So, dann hast du jetzt davon. Ja, jetzt sind wir natürlich alles schon durch. Hm. Und ich hab nicht einen Abschuss. Warum krieg ich hier nix rein? Hallo. Seele. Kommst nicht mehr da. Ach, der ist da, weil der Haus im Weg ist. Fuck. Shit. Komm, lade nach. Ich weiß auch nicht. Ja, schön. Und noch mal. Komm. Jetzt. Ja, jetzt haut der ab, ey. Die E34 macht sich einfach raus, man. Ja, ich krieg sie nicht rein. Ja, komm schon. Boah, so viele schöne Ziele und ich krieg mich ein von den Bakus mal ins Visier. Bisschen höher. Komm. Komm. Nicht du. Hau ab. Ich ruf dich nicht. Hau ab mit sie. Warum krieg ich hier keinen rein? Warum ist das so? Boah. Tja. Boah, ey. Ja, komm. Ein Zentimeter noch. Nur ein Zentimeter näher. Dann zeig ich dir was mit Granat ist. Fuck. Ah, das war meiner. Ich hab irgendwo nicht gesagt, was gibt's oder? Komm. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Ja. Wenn ich weg warst. A43. Das ist ein Orwart. Komm, komm, komm. Komm raus. Komm raus. Wollte. Ja, ich hab mich nicht gesagt. Komm, komm weg. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Bing! Ah, da geht sich nicht rein. Geiß. Komm, komm, komm. Hau dich, Kollege, komm doch einmal raus! Nein! Wo kommt denn her? Ach, da ist er. Gratuluję, dass ich mich nicht erkannt habe. Und weg ist er. Du wolltest mich wegen Autar jetzt nicht zu stehen. Du bist ein Arschloch! Der Angriff ist gut, Kollege. Der Angriff ist echt gut. Wohin Angriff? Da bleibt die Drecksau echt stehen. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ich bin bereit. Oh, das ist so. Musi, Musi, Musi! Schon drei weg. Drei weggeputzt! Ja, ich habe nur einen. Ja, es läuft. Drei weggeputzt. Ja, Problem ist nur mit... Mir geht so langsam die Haag ganz los auf. Ja, das wird teuer. Ja, mach nichts. Ist egal. Einfach für mich nicht durch. Na, bleib doch stehen. Komm. Was macht denn der T-34, du machst dich an deinen Fuß? Bleib doch stehen, A-40. Ich krieg da oben kein Rhein. Ich krieg da oben von den Milchstern rein. Scheiße. Ich krieg da oben noch nicht. Mein Panzer kann nicht da drauf. Und das ist auch noch Facko. Okay, wir facken den Conwell B. Ja, würde ich ja gerne machen, Leute. Wenn der Dichtum oder Acht ist. ist ja ich bin weg wenigstens drei mitgenommen mann ich weiß auch nicht was der t34 macht sich in den loch macht was macht er da oder an spielt sich an den füßen haben verloren weil ich bei uns hätte jetzt gut gebrauchen können hat nämlich ein bisschen wir noch schaden anbringen können vielleicht hat man sogar gewonnen sollte aber trotzdem leicht haben dass ich meine leute jetzt auf einem stellen kann noch nicht ganz ein prozent fehlt noch 20.000 kredits hat der schweiß gerade gekostet ja ja 20.000 klar das ist es also 24.000 habe ich reingeholt der sammeln informationen also nur ganz selten die hartgeschosse nutzen ja ich muss die im augenblick nehmen und dann komme ich da kommen durch weil ich möchte auch schaden machen ja klar ich habe jetzt munition habe ich verbraten für 48.000 ok und 24.000 habe ich reingekriegt also 28.000 minus mit Fahrzeugwartung und so weiter aber egal ich habe noch 930.000 das eckt sich schon einigermaßen 930.000 ja so viel ist das nicht du lachst dafür kriegst du noch nicht mal 6.000 ja ja ist schon richtig ähm ich nehme die spitze talalilala dann habe ich noch die koche auf 100% und kann sie in Tarnung einsetzen für einen waffenbruder ok oder ich drehen den nachher um ich mache erst Tarnung und danach gehe ich hober auf Waffenbruder und mache danach nochmal die Tarnung ja aber wenn es Das funktioniert erst, wenn die Sküche 100% hat. Ich habe mich auf 100%, aber die Tarnung läuft so. Okay. Ja, ja. Ja? Ich brauche an sich alles. Ich mir die Daten von Hellcat angucke, vielleicht beides. Eine Insel mit zwei Bergen. Warum muss man das ganze Bebrannt sind rum? Christian, wir sind noch. Boah, was für ein Mist. Warum stelle ich mich da als Antlisch hin? Keine Ahnung. Obwohl, von da kann man auch gut treffen manchmal. Ja, das ist so richtig, aber ich habe hier ein riesen Problem. Ja, was? Du hast keine Tarnung. Ich habe hier ein Problem. Ich habe ein bisschen ein Blech vor mir. Hm. Ja. Ja. Ja, die scheiß Artillerie. Ja, ist klar, da hat die auf mich drauf wächst. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist erledigt. Ja, noch eine Artie. Ich weiß nicht, weil sonst noch irgendetwas an Schmerz mir. Da ist er neben. Boah, spottet mir mal einer diesen Ball und zieh ich da jetzt. Wir sind so nah dran und ich hab keine Tarnung. Und weg ist er. Den hast du, T-34 hast du ja okay. Ja, probier jetzt nicht, komm ich mal raus. Mhm. Achtung, Typ 62, von der Seite. Ja. Achtung, Typ 62, brauch den auch. Ja, ich komm da nicht dran. Er ist hinterm Felsen. Die Kollegen kümmern sich drum. Oh Gott, der fehlt mir noch. Kann ich jetzt aufgemacht oder hab ich Glück gehabt? Da hab ich ja noch Glück gehabt. Ja, das ist ohne Lampe immer so ein Rad. Das macht er dich jetzt auf, macht er dich jetzt nicht auf. Du hast ja die Götze hier im Grunde geflückt. Ja, du hast ja die Götze hier im Grunde geflückt. Ey, pass auf den 62 oder auch? ich hab dir gesagt was auf den 62er auch ich glaube ich drei mal gesagt ja den wollte ich mir schnappen das habe ich gesehen hat ja hervorragend geklappt ja spitzenmäßig probelär nein das sind die geballert auf den ja ich hab dir noch einen geben warum jetzt scheiße geil ja ja hat mir hat sie hat mich auseinandergepickt nach den ersten schuss den ersten schuss voll das ist ja wieder eine runde versimmelt ja wieder eine türen gehen wir jetzt treffen naja klar wir haben die 720 noch mal eine runde platzwechslung wo hab ich nur lust auf arbeit kann ich mir vorstellen ja vor allen dingen dann wenn du hier solche events hast ey da musst du dann zum maloche rennen ey zwischendang mhm genau alles mit der karte weiß ich auch nicht so viel hat anzufangen also ich fahr hier erst mal auf den berg drauf guck mich um und dann seh ich weiter machen können ich muss mich da durch fahren frei so jetzt komm zeich mal das DFC du machst jetzt den Schotter dann ist das alles gut denn da ist der runde überhin die das kommst du nicht auch vorbei hey mal kommst du nicht auch vorbei jetzt kommst du nicht auch vorbei jetzt kommst du nicht auch vorbei ja schon Ja, ist der braun der Winter, oder was? Alter, ist der blöd? Warum verblockt der mich hier? Ich bin durch den T29 durch. Das schau ich auch nicht alle Tage. Manchmal klappt das. Der steht da vor mir. Ey, 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 was machst du da auf dem Scheiß? Das ist schon der zweite, der sich vor allem nicht noch... Ey, hau da ab! Aber du bist doch gar nicht. Nee... Nö... 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 Ich hab nur Deckung. Ey, boah, ist der braun oder was? Lass die da einfach einen Router stehen. Wir müssen sich jetzt erstmal um den Combo landen kümmern, würde ich sagen. Er ist schon weg. Aber cool, ich habe eine td-stellung für mich gefunden. Da kann man ganz gut stehen, wo ich jetzt gar nicht. Wenn man dann noch so ein paar Opfer zieht, dann ist alles gut. Oh, da spottet ich einer. Wo? Ja, ich hatte gerade auf der Karte gezeigt, wo du stehst, aber komischerweise von eigenem Team, ey. Ja, die wollen, dass ich mich nicht. Die können mich aber hier mal am Arsch schrecken mit ihrem anklicken. Ich reagiere auf gar nichts mehr. Ja, aber was soll das? Eigenes Team, ey. Hier ist es, Leute, hier ist es. Hier kommt ein KW. Hier kommt ein Ruheski, Kapidolle. Ach, jetzt nimmt man das U aus. Verdammt, ey. Ich muss da sich bewegen, ey. Jetzt bin ich nicht mal auf H-Stern. Jetzt bin ich nur noch mit der Scheiß hier am Schillen. Uuuuuhhhhhh. Wie viele UIs haben die? Zwei Sch... Ah, das muss man so gut probieren. Ja, pick'n du mal, Alter. Ich weiß ja. Ich glaube, da muss ich mir alte U und so auf dem Platz. Ui-Panzer. Das war ja super. Das war ja super. Ah, klar. Nein, das war es ja. Pass auf, sie kommt gleich hinter dir her. Pass auf, der 10-1-20 kommt hinter dir her. Ach, verdammt! Scheiß Maus, ey! Fuck you, baby! Das ist... Das ist scheiß toll, ey, mein Gott! Ich weiß noch nicht, wo ich mich da hinstellen so auf der Karte. Boah! Nee, 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 nee! Aber gut! Alles ok? Ich reinige die Maus hier von unten, ey! Ist voll versaut, ey! Das ist nicht gut! Konnte ich jetzt gar nicht bewegen, ey! Die Scheiße! Maaah, ey! So eine Kacke! Ich muss mir auch nochmal eine Gaming Maus zulegen, weil mit der habe ich irgendwie auch Probleme. Ah ja, was schon mal gesagt, hätte ich mir da noch irgendwas vorlehen. Mhm! Ja, ich habe so ein bisschen durchgestöbert bei Ebay. Ja! 3.600 DPI 5.000 DPI 5.000 DPI 7.000 DPI Ja, sowas werde ich mir auch holen in der Richtung. Das reicht genau aus. Mhm! Weil mit so einer Büromaus hier zu zocken, das ist auf Dauer auch nicht so gut. Nee, nee, nee! Die Spiele... So, Hellcat pro nur 1% Die Spiele werden heutzutage anspruchsvoller und da braucht man eine fünftige Maus auch. Ja klar, vor allem werden die Monitore hier auch immer größer. Ja, ja, das auch, ja! So... Helly Helly! Hallo Kitty! Hallo Kitty! Und hast du wieder Kredits? Ja, 12.000 Wird hoch! Ja... Ich kann leider nichts spenden. Ja, ne, ich musste ja... Also musste ich nicht, aber ich habe mir ja diesen A20 geholt. Und deswegen... Einen A20 hast du jetzt auch wieder? Ok! Ja, habe ich ja gesagt. In Schweden habe ich gestern EPs noch erledigt, habe ich verkauft und dann einen A20 gekauft. Ja, sehr schön. Ja... Ja... So... Wie sieht's? Wie sieht's im Chat aus? Oh! Oh! Hello Alan Walker! Grüßtich! Viel Spaß beim Zuschauen! Das war es nicht so gut. das ist anders der panzer ja nur zehn klar mal rückwärts fährt war ich jetzt mal vorwärts raus jetzt sehe ich das jetzt merke ich das und jetzt und jetzt geht schneller drum herum gucken alles klar hätten die bisschen machen sollen wenn man auch knöpfchen drückt dass sich das licht wechselt könnte man schneller checken so abgehackt was abgehackt 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 ja ich hacke ab habe ich da überhaupt einen spotter 1c ach du scheiße also wie gesagt der 34 85 1 ist für mich der beste medium aus der 6 mittlerweile ist der rudy auch warum sind wir alle auf der seite sind alle grünen das frage ich mich auch jetzt bin ich bin auf der 1er linie wenn ich nicht schon mit platz ja es wird am kW Ey, was soll die Scheiße denn? Man, die sind alle Panne, ey. Da will man Anti-Vian-Programm-Ski durchführen und schmeißen wir aus dem Spiel raus. Was? Mein Anti-Viren-Programm hat sie gerade eingeschaltet, von Castril wollten einen Virenscan durchziehen und schmeißen wir aus dem Spiel raus. Was? Ja. Da zeigte er mir gerade meinen Desktop, ey, ich denke so, er war ja Zoom jetzt gequalmt. Da zeigte er mir an, ja, wir haben einen Virenscan an und sagt ja, ey, boah. Ey, ich habe schweigen, da finde ich jetzt noch überhaupt Gefahr, ich habe noch Spiel. Ey, fuck you. Alter Scheiß, HTT-28, ey. Gerade, wo ich schießen wollte. Mann. Ist er zum Kotzen. Wollte ich gerade auf den Tiger schießen, ey. Da ballert der Wichs mich ab, ey. Wieso prall ich an so einem Scheißding eigentlich komplett ab? Tja. Boah. Gute Frage, nächste Frage. Ja, jetzt habe ich mit normaler Munition geschossen und baut's. 160 Pen, hunderter Panzerung gehabt. Hm. 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 Ach, ey, das wird immer, immer, immer geiler hier. Ja, aber ich kriege, wenn das jetzt mal mit dem Arzt noch erreicht, die Tarnung da, solange ich dann meine Herkette hochziehen kann. Hm. Wenn ich die Tarnung auf 100% hab, sitze ich überhaupt Waffen, Brüder. Und dann mache ich die Tarnung von vorne. Wieso? So mach ich das jetzt. Pff. Wieso machst du die Tarnung von vorne? Ja, richtig. Aber erst will ich nur 100%ige Tarnung, danach gehe ich überhaupt Waffen, Brüder und mache danach die Tarnung von vorne. Ja. Wieso? Wieder von vorne? Wenn die Tarnung da ist, dann ist sie da, ne? Ja, ganz einfach. Ne, die kann ich ja resetten. Ach so. Ach so, verstehe, verstehe. Die setze ich dann zurück, ich setze meine Mannschaft dann zurück. Ah, ja, ja, ja. Und zwar setze ich die dann auf Waffen, Brüder. Ah, so. Dann machen die die Tarnung nochmal von vorne, weil die wir beides auf dem Panzer haben. Ja, aber kannst du doch auf die Besatzung verteilen, oder nicht? Die Besatzung muss, ja, die Tarnung, richtig. Tarnung und die Lampe. Dann ist sowas richtig. Ja. Aber Waffen, Brüder, müssen sie alle 5 haben. Aha. Sonst wirkt der Effekt nicht. Ach so, verstehe. Okay. Aber wenn ich jetzt Waffen, Brüder mache, habe ich nichts davon. Waffen, Brüder auf 80% fängt wohl. Währenddessen, wenn eine Tarnung auf 80%, hier schon 200-300 Tarnungen fängt. Deshalb mache ich erst Tarnung, rutscht dann nach oben. Ach so. Gut, das kostet mich weder rum 500 Gold, aber drauf geschissen. Ja, wenn man die... Und wenn ich Waffen, Brüder, abgehe ich rum auf Tarnung, ziehe die durch. Mit der Lampe für den Kommandanten. Hm. Da man mit der Heckkette ja so und so nicht mehr wegkommt, wenn da mal offen bist, dann bist du und so offen. Von daher. Von daher. Scheiß auf, scheiß auf die Lampe für mehr oder weniger. Die ist für ein Light, ist die interessanter für Passivscouten. Jo. Pas, 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 Pascha, Paschka. Keine Ahnung. ja bau dir erst mal ein ja ja hast schon richtig hast schon recht passt namen aus pascha 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 ja pascha ich bin schön ich bleibe erst mal stehen würde ich mir auch bauen darf ich leider nicht was der t67 abballern kommt nicht geballert das war kein gegner nicht geballert der wix ja wieso dat denn was habe ich dir getan ich hole mir ist ich bring ihn um scheiße zu spät ich habe 25 im visio ja sorry alter geht es dir noch oder was scheiße was läuft hier ab jetzt wieder fertig jetzt scheiß wichser da t67 hat alles versaut du hast es gerade versaut ich wollte mir 25 jahre mit dem rammst du mich da weg ich hatte den t67 im blick was scheiße mein gott nicht wäre ausgewiesene 25 der rechner hat rausgenommen ja so dom kobe ach was ich weiß ich nicht sowieso noch da sind wir zu mir denn jetzt ausgenommen kriegst Das ist voll die Karre rein, ey, ich denk so, wer bumscht mich denn da an? Legg mich doch! Alter! Was war das denn für ein Wichser? Warte mal, T67, wo bist du da? T67, rechte Maustaste. Ja, der hat ja voll an den Saiten geballert, im Anfang. Ich denk auch, wie es sein für eine Scheiße. Beschwertes, Beschwerde, Beschwerde. Ja, Amazing Shipster ist eh, ja, allerdings. Unfaire Spielweise. Boah, Scheiße, ich krieg da keinen Reim. Unfaire Spielweise und fertig. Ah, hauen wir den noch Bot rein und fertig. Jetzt kriegt er einen ab und gut ist er, Wichser. Wie kann der mich jetzt sehen, mit einem S200? Wollen wir uns verarschen? Lampen los. Włączności nie ma i nie będzie. Äh, sonst noch welche Grunschaft oder Ambat jetzt? Mhm. Ja, tolle E25 richtig noch. Warum ist hier E25 noch nicht gut? Ja. Sind tot. Nee, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja. Waschka, warum ich nicht darf? Ja, weil ich Pech gehabt hab. Mit den Behörden. Dann darf ich mir keinen bauen. Ja, so ist das. Ich darf mir auch keinen bauen, weil ich vielleicht arbeiten darf. Ja, so ist das. Pech, Pech, Pech. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Es hat nervenaufragend. Ja, du bist schuld. Danke. Danke. Bitte. Ich weiß. Ich weiß, Paschka, dass ich nicht quer zu den Gegner stehen darf. Leider passiert es oft. Wir haben ein Achtergefächt. Wir haben ein Achtergefächt. Yippie yi yi. Auf der falschen Seite. Ja. Boah, wo stelle ich mich denn jetzt hin? So, bin wieder im Spiel. Ja, jetzt ist wieder die gute Frage im nächsten Fall. Wo stellt man sich jetzt hin? Ähm, ja. Da ist sie. Da fehlt mir jetzt echt die Kartenbündnis. Ach, da sind wir, da sind wir. Okay, die Map ist da. Alles klar. Ja, ich weiß nicht wohin. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, andere Seite ist das Geburtstag. Die hab ich keine Ahnung. JESUBRAMKOWY! Fuck. So, einfach mal durchs Gelände. Das ist ein Rasenmäher. Hehehe. Hm. Ja, das Problem ist nur, uns fehlt ja eine Tarnung, wenn er alles niedermäht. Ja. Vor allem so ein Medium ist schon wieder auf, äh, halt nicht da wo hin soll. Weil Medium Linie ist eigentlich da oben, so die, die Nuller Linie. Mhm. Seid her 71 zerspickt er auch ein bisschen durch. Der ist ja auch tot. Und ich weiß nicht wohin. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Da kommt der Kunstschatz. So mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Aber gehen die rein? Nee. Die verstecken sich. Ja klar. Boah, jetzt hätt ich aber auch. Wer denn, der ist angefahren, ne? Dem hätt ich aber eine verplastert. Versuch dem Scorpio mal eine zu kopfen. Da krieg ich das hin. Krieg ich nicht erfasst. Komm, komm, komm. Ja. Jetzt kommen die von unten. Jetzt kommen die von unten, erst kriegt Kreuzfeuer. Ja. 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 Shit. Ja. Das war ein Skorpion, aber da oben ist noch ein Skorpion. Das eine ist ein Skorpion, das andere ist ein Skorpion. Jetzt sehe ich auch schon unterschiedlich. Gips, ich kriege keinen hier gebacken. Pass auf, das Skorpion, jeder ist böse. Baut direkt eine 500er Stelle rein. Ich kann auch nicht offensiv reagieren, offensiv gehe ich hier offensiv ran und nicht fort. Also lasse ich jetzt einfach kommen. Wow, erwischt? Ohne zu zielen? Oder warst du dort? Das ist nicht so. Das ist nicht gut. Das ist die Eroiske. Das ist nicht so, dass wir die Eroiske. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Der Skorpion ist weg. Der scheiß Skorpion ist da oben weg. Jest przeciwpanzerny. Verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. Jest, Odomkowy. Aha, ich steck hier fest, ey. Was ist da denn? Gut, der ist weg. Alles klar. Glück gehabt. Boah, mehr Glück als der Stand gehabt jetzt. Eine Runde. Ich will mal gewinnen, ey. Jetzt, Odomkowy. Waddi. Freilich am Zwang ab. Dobre Buchheit. Deu rogiem zu dir. Ey, warum kriege ich einen Abprall auf? Odomkowy. Tja. Da freilich an dem Scheißding ab. Boah, das ist doch nicht böse, ey. Das ist zu glatt. Binchen, sag mal rumig. Das war Tobi. Aber egal, aber eine schöne Runde. Ja, so, la, la, so. Ich bin verfrieden. Nein, jetzt steht er hinterm Haus. Ich krieg es nicht rein. Ich krieg es nicht rein. Ich kriege es nicht rein. Ja, Odomkowy. Du musst das nicht aus. Knappen dir. Ja, ja. Ja, ja. Knappen dir. Hör mal, Leute. Knappen. Ha, 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 ha. Wuhu, huu. Odomkowy. Boah, gut hat er auch den AC mit eingewirkt. Wäre ich jetzt tot gewesen. Mhm. Auch diesen Jagdpanzer, den du da gerade geschreddert hast. Wäre ich tot gewesen. Ja. Juhu, ich kann Punkte verteilen. Ich kann Bündchen verteilen. Ab jetzt läuft es. Ab jetzt läuft es. Aber ganz schnell auf die Tarn. Ja, aber ganz schnell. So, noch ein Punkt. Und komm, Tarnung, zack. Immer noch. Alles auf der Tarnung. So, jetzt sieht es auch schon mal gut aus. Nö, nö. Nö, nö. Einer geht noch und dann ist es. Nö, nö. Ah, nee, eine Runde. Nö, 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 nö. Nö, nö. Das nenne ich mal Marathon. Sechs Stunden World of Kings. Nonstop. Nö, nö. Nö, nö. 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 Nö, 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 nö. So, wie sitzt ihr? Warte mal, ich hocke in meinem Bunker, wie ich jetzt. Bunker? Ich hoffe, dass das funktioniert, weil ich kommen kann. Ja, möglich. Ich habe eine gute Garnone, ich habe genug Fenn und ich habe genug APCR. Ja, das ist schon auch funktioniert. Nö, jetzt. Du luchst doch. Komm, schau. Jesus, Blomkowel. Da oben. Weil ich bin halt so ein Typ, ich, ja sicher, ich bin nicht jetzt in meinem Bunker, habe ich auch gesagt. So, jetzt schmeiß ich den Baum um, danach bin ich fertig. So, guck mal an. Gibt das nicht schön aus? Jo. So, jetzt gibt mir Ziele. Ab zum Hitlerbunker. Jetzt gibt mir Ziele. Was machst du denn hier oben? Das läuft. Wir sind alle in der Stadt, ey. Ja, aber der, er fährt auf dem Bunker. Er ist auch geil drauf. Ja, macht doch Spaß. Rechts. Ja, aber ist nur ein Turm. Rechts. Ja, der hat ihn getrocknet, scheiße. Was war Tobi? Ja, komm raus, du Wichs. Trau dich. Ja, wie gesagt, ich brauche mehr als nur ein Turm, weil der im Fernsehen kam, ich hab den nicht. Äh. Was für den Covid? Ja, ich hab den. Fahr mal mit deinem Tiefchen 30 Stunden 80M davor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ah, die Runde ist schon mal so gut wie los. Kann ich da morgen noch was machen? Ich ziehe mir gerade so ein bisschen die Frage. Scheiße, ey. Ah, fuck. Sag doch nicht so böse, Vorote. Ja, das ist nicht nur fuck, das ist, boah, fuck. Ich guck auf, wie. Boah, wir kriegen dermaßen auf die Fresse, ey. Das ist schon nicht mehr schön. Hm. Jezu, blamkowy. Fatsch, es uamało sie. Boah, wad? Ich darf den Ex-Po. Ich darf den Ex-Po. Du bist gotowy. Oblamkowy. Jezu, blamkowy. Pass auf, gleich motzen sie wieder! Hellcat, you piece of shit! Du musst schreiben, fuck yourself und fertig. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ich hier mache, ich weiß wieder auch nicht. Ich auch nicht. Ja, die hätte da nicht stehen dürfen, du scheiße. Au, au, au. Ja, ey, mein Gott, ey. Scheiße. Mal, leck mich doch, ey. Ja, machen wir noch eine Runde. Ich hätte mich direkt in den Norden stellen müssen. Aber nicht normaler und Süden. Wenn du mich in den Süden stellen, fahre ich dann erst in den Norden. Obwohl, das Stab ihn nimmt. Obwohl, scheiße. Ne, ich kann nicht Stab ihn nehmen. Ja, das bringt nichts. Stab ihn nehmen, das kommt jetzt heute. Ja, für mich war es halt für heute. Ja, kein Problem. Ja, bringt nichts. Ich muss mir jetzt Zettys machen, ob er da arbeitet. Ja, ja, klar. Klar ist der eh. Ja, gut, gut. Hellcat mit 37% Windrate. Hoffentlich ändert sich das noch. Mhm. Weil er ist ein bisschen nager. Ja. Na ja, ich wünsche dir und unseren Zuschauern noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns, wenn du möchtest, morgen Abend wieder. Ja, klar. Sicher. Alles klar. Halt die Ohren steif. Ciao. Ja, ciao. So. So. Kollege ist raus. Für heute. Buddy disconnected from your channel. Wir drehen noch eine Runde. Und zugegen, ich sag mal, ja, noch, noch sag ich gar nichts. Erstmal die Runde durch und dann sehen wir weiter. Ah, hier habe ich Dings. Und hier baut er sich auch noch. Okay. Der hat noch gar nichts. Okay. Machen wir noch hier weiter. Wie gesagt, die letzte Runde für heute bei World of Tanks hier. Ab geht's. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, lass mir mal einen Daumen hoch da. Feedback in den Kommentaren. Auch wie der Livestream so rüber kommt. Mit Ton und Bild mäßig. Und natürlich über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ab zum letzten Gefecht für heute. Wie gesagt, dass ich noch daine Straße mache. Okay. Wie gesagt, das ist diesmal. Wie gesagt, es ist die Fluss desbrittes. Wie gesagt. Däumen hoch auf. Die Fluss desbrittes. Wir gehen nach der Richtung hin. Und das ist passiert. Daher ist nichts. Daher ist es 없어요. Daher ist es ein hogy. Wenn die Fluss desbrittes. Gefecht für heute sind die Fluss. Untertitelung des ZDF, 2020 Gotowi! 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 Mano, eh, alle hinterm Gebäude! Keine erfasst hier, eh! Gotowi! Wunderbar! Oh, no! Oh, yeah! Gotowi! 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 Oh, shit, ey! Leck mich doch am Arsch! Gotowi! 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 Das war's für heute. Es ist doch zum Mäuse melken. Tja ja, so ist das. 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 die 34 85 mm um lade nach ha 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 da ist ein strich ja und da auch noch was ist los nicht durch was wer bist du denn ich wadamte kom jezu blamkowy żadne geto jezu blamkowy dobrze żeś powiedział bowiem nie zgad blamkowy oh ho 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 ja peśio gehaptuED peśio gehaptuED Scheiß Felsen im Blick ey Krügel ist nicht erfasst In den Sack Komm, trau dich Komm, zeig mal deine Ach, schade Dasz Radekustig? Jest, przeciwpancerny Jezu, blamkowy Die Luftgewehr Möchel 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 Leve Gewe Komm, zoom rein. Und tschüss, du wichs. Den zweiten. Den zweiten in der Tasche. Yeah. Zweiter in der Tasche. Ende ist es. Gewonnen. Jut, jut. Schön, schön. Gut, liebe Zuschauer. Wie schon erwähnt, das war's für heute bei World of Tanks. Wir sehen uns gerne wieder morgen, wenn ihr Lust habt. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir meinen Daumen hoch da, Feedback in den Kommentaren, auch zu dem Livestream. Und natürlich über ein Abo würde ich mich auch freuen. Also, so gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr bin ich mit dem Livestream zu World of Warships on. Also, könnt ihr euch auch dazu schalten wieder. Bis dahin sage ich, Out, rein, Tanker. Man sieht sich. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.